Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Arbeitssicherheit und Brandschutz vom Profi. Die IBF-Ingenieurbüro Friedemann GmbH überzeugt mit Professionalität und fachlichem Know-how. Das renommierte Unternehmen bietet erstklassige Beratung in den Bereichen Arbeitssicherheit sowie Brand-, Explosions- und Umweltschutz an. Ob Gefährdungsbeurteilung, Gefahrenstoffmanagement, Sicherheitsbericht, Brandschutzordnung und Konzept oder Flucht- und Rettungswegplan – hier werden Sie umfassend unterstützt. Maßgefertigte Unterweisungskonzepte werden ebenfalls für Sie erstellt. Das engagierte Team begeistert vor allem mit Flexibilität und individuellen Lösungen. Gewissenhaftes Arbeiten und ausgezeichnete Qualität stehen dabei stets an oberster Stelle. IBF – Ingenieurbüro Friedemann – Ihr Plus an Sicherheit